Papst Franziskus zeigt sich beim Angelusgebet am Sonntag hinsichtlich der Spannungen zwischen dem Westen und Russland um die Ukraine besorgt. Ich verfolge mit Besorgnis die Zunahme der Spannungen, die dem Frieden in der Ukraine einen neuen Schlag zu versetzen und die Sicherheit Europas mit noch weitreichenderen Folgen in Frage zu stellen. Ich appelliere an alle Menschen guten Willens, das Gebet zum Allmächtigen Gott zu erheben, damit jede politische Aktion und Initiative im Dienste der menschlichen Brüderlichkeit und nicht der parteipolitischen Interesse steht. Diejenigen, die ihre Interessen verfolgen, indem sie anderen schaden, verachten ihre Berufung als Menschen, weil wir alle als Brüder erschaffen wurden. Aus diesem Grund und mit Sorge angesichts der gegenwärtigen Spannungen schlage ich vor, am kommenden Mittwoch, den 26. Jänner, einen Gebetstag für den Frieden zu schaffen. Der Papst hat sich beim Angelusgebet am Sonntag über die Spannungen zwischen dem Westen und Russland um die Ukraine besorgt erklärt. Zudem hat der Papst den Tod von Migranten im Mittelmeer beklagt. Wie sehr schmerzt es uns, wenn wir unsere Brüder und Schwestern auf dem Meer sterben sehen, weil man sie nicht von Bord gehen lässt, so Franziskus in einer spontanen Passage seiner Predigt während der Messe im Petersdom anlässlich des bisher dritten Wortgottessonntags. Franziskus selbst hat den Sonntag eingeführt. Zudem hat den Sonntag eingeführt.